Okay, ich drehe, ja? Danke! Fahr durch die Straßen im Rari. Jo, Freunde, ihr kommt schon wieder eingeschaltet. Und ab zu einem neuen Video. Freunde, fällt euch irgendwas auf? Vielleicht so irgendein nices Shirt, wo Bruder muss los drauf gestickt ist? Das hier vielleicht? Das hier vielleicht, Leute? Das ist der Moment, in dem ich euch das erste Teil der Kollektion vom 1. Januar 2019 um 12 Uhr, die da online geht, vorstelle, Leute. Ein Basic Shirt mit Bruder muss los drauf gestickt, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich dieses Shirt feiere. Es ist richtig mein Ding. Diese komplette Kollektion ist schlicht, aber nice, in geilem Stil und günstig, liebe Freunde. Es ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jedes einzelne Teil. Morgen im Video werde ich euch wieder einen Teil vorstellen, bis dann am 1. Januar der Drop ist, Leute. Dann habt ihr bis dahin schon alle Teile gesehen. Und dann ist der Drop um 12 Uhr mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Video, Leute. Also haltet euch fest. Also es ist richtig viel auf einmal, Leute. Ihr kriegt am 1. Januar um 12 Uhr wirklich eine volle Ladung Geschenke, würde ich jetzt mal sagen. Wirklich. Also seid einfach gespannt, Leute. Aber wir wollen heute gar nicht mehr so groß drum rum reden, ja. Ihr habt es gesehen. Ihr könnt euch dran gewöhnen. Ihr könnt so ein bisschen euch drauf einfühlen, so im Video. Aber heute reagieren wir auf ein Video, wo ich mit Tino einkaufen war, liebe Freunde. Natürlich grüße ich an der Stelle erstmal die Übermotivierten und die Glockeaktiven da draußen. Da ist das Jahr im Start, seid liebe Freunde. Und vergesst nicht, die Verlosung für Instagram ist immer noch jeder, der mir auf Instagram folgt. Da wird am Ende des Jahres einer rausgesucht von allen Followern, der zu mir nach Köln eingeladen wird. Alles auf mein Neck. Anfahrt, Abreise, Essen, hier alles. Und wir machen einfach, worauf ihr Bock habt. Wir treffen die Leute, die ihr treffen wollt, so YouTuber-mäßig und so weiter. Also auf Instagram ein Follow da lassen. Falls du es noch nicht gemacht hast, kannst du nichts falsch machen. Eventuell wirst du ausgelost. So Leute, wir machen gar nicht mehr lange rum und beginnen das Video in 3, 2, 1. Heute wollen wir einkaufen gehen, okay, Tino? Boah, schaut mal, wie ich aussehe, Leute. Banger! Neh, mit dem Auto. Mann. Man sieht da im Hintergrund meine selbstgemachte Shisha. Die habe ich gemacht mit einer Jack-Daniels-Flasche unten und habe die abgesägt und dann die Shisha draufgeklebt, Leute. Das war eine nice Shisha auf jeden Fall. Können wir mit dem Auto fahren. Für den Fahrrad. Draußen regnet es, Tino. Wollte mit dem Fahrrad fahren? Ich wollte mit dem Auto fahren. Oh, ne, ne, hier drauf. Ja, nein, 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 nein. Wir machen heute nicht so ein Video, Tino. Auf den Stuhl haben wir immer die Kamera drauf gemacht, wenn wir ein Video auf dem Sofa gedreht haben. Ich brauche Haargel und ich brauche Lippen. Nein, danke. Tschüss, ich gehe. Nein. Doch. Ja, vorne. Du musst so vorne sitzen. Ja. Aber nur mit dem hier. Oh, ist so süß, ne? Den da? Ja. Den heftigen Mustang, ja. Leute, mein erstes Auto. Lass dich hin. Tür zu. Anschnallen. Da kommen so Erinnerungen hoch, ne? Ja, Oma. Das ist krass. Ganz richtig. Ja, Oma. Halt ja. Oh, ne Handy. Das ist doch kein Handy. Die wird aber runterfallen, Tino. Nein, Oma. Stopp, stopp. Nein, Oma. Ich fahre extra langsam, okay, Tino? Bist du angeschnallt? Ja, 1,5. Uh. Ja, kauf, kauf. Kauf heißt so viel wie einkaufen gehen. Äh, Cola. Warum immer Cola, Mann? Und mein Brot. Und meine Hose. Warum, wo willst du eine Hose kaufen? Ne, Obi. Hä? Obi. Obi. Das Ding ist, das muss man kurz dazu erklären, Tino hatte zu dem Zeitpunkt so Bock auf so diese Handwerkerhosen, diese Engelbert Strauß, so eine Handwerkerhose wollte der immer haben. Deshalb wollte der immer eine Hose haben von Obi. Also richtig, richtig funny, was der so für Wünsche am Start hatte. Inzwischen hat er auf jeden Fall eine, das weiß ich. Willst du noch zu Obi gehen? Ja. Nö. Bitte. Oh, nö, Tino. Bitte meine Hose kauf. Oh, nö, Tino. W-nö. Du hast doch genug Hosen, sag mal. Das wird hier nix. Heb du mal die Kamera, komm. Okay, Oma. Mal schauen, wie du filmen kannst. Nein, nicht so, Tino. Hehe. Höhö. Sieh doch nicht so. Ja. Dann sehen die Leute dich doch gar nicht. Oh, Bibi. Selber Bibi. Hä? Bist du sauer? Nein. Bist du cool? Ja. Soll ich mit dem Auto sogar was drauf? Ja. Boah. Boah, yes. Und jetzt? Hau rein, Bro. Okay, das war nicht so cool. Hahaha. Guck mal. Ist so einfach. War nicht so cool. Das geht uns zur Arsch hin. Weil er nicht so gemacht hat. Jetzt. Du. Nee, du. Haha. Tino? Äh? Wir brauchen... Cola. Haarwachs. Cola. Haarspray. Labello. Oder Cola. Warum sind wir jetzt bei den Schuhen, Tino? Warum? Sag mal. Hä? Das sind meine. Das sind deine Schuhe? Ja. Sag mal deine. Ähm, ich bin doch groß. Tänk da. Ich bin doch groß. Willst du die haben, oder was? Ja. Nee, Tino, warte mal. Du hast doch Schuhe, oder? Ja. Ja, komm, wir fahren mal weiter hier. Hey, warte. Hey, Tino. Hey, Tino. Ich hab einfach random Brot gekauft, weil er Bock hatte, Brot zu kaufen. Okay. Willst du eine Brezel? Nein. Was dann? Okay. Weiden. Das ist Brot. Aber nur eins, Tino. Nein. Das reicht. Dann kauf zwei oder so. Komm, weiter. Ich bin richtiger Sparfuchs. Komm. Wir haben noch Brot. Richtig deutsch, ich bin richtig deutsch. Ich so, reicht. Fertig jetzt. Wir brauchen kein Brot. Nein, Tino, fertig. Tino. Ja, das ist so, ja. Okay, das ist so. Wie er so durch den ganzen Laden schreit. Oh, das ist so, ja. 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 Ja, ich bin ja drauf. Wer soll sich damit alles die Nase putzen? Ein ganzer Bauernhof, oder was? Ja, bitte, ja. Okay. Komm. Okay. Sitzt du jetzt im Einkaufswagen drin, oder was? Ja. Was haben wir alles gekauft? Sag mal. Rot, den mit denen. Rot. Cola. Cola. Frisch. Haarspray. Sinter. Basierschaum. Rot. Loup-Joghurt. Alles mögliche. Werbung sein Urgroßvater, Alter. Ich hatte einfach so Reifen im Auto. Hab die einfach mit der Decke drüber gemacht, damit es nicht so dreckig aussieht. Aber die Joghurts nicht schmeißen. Ja. Die gehen kaputt. Hör auf, Tino. Leg die hin. Ey. Und dann noch so grinsen, ne? Wenn eins kaputt geht, du putzt mein ganzes Auto. Okay? Ja. Vorne. Darfst du vorne sitzen? Ja. Wer sollte denn sonst vorne sitzen? Dieses Auto ist ja schon auf. Bitte, Oma. Bitte, Tino. Bitte, Opa, meinte ich. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid und so, ob ihr schon ein erstes Auto hattet oder so. Aber mir gehen gerade so Erinnerungen hoch. Ich hab dieses Auto so für 300 Euro gekauft. Das war mein ganzer Stolz, dieses Auto. Aber ich hab's doch behandelt, wie scheiße so. Also, muss man dazu sagen. Ja. In der Berufsschule gut und gerne mal einfach gegen einen großen Stein gefahren. Einfach aus Jux. Wir haben uns in der Berufsschule, wenn wir zu McDonalds in der Mittagspause oder so gefahren sind. Und einer stand halt an der Ampel. Sind wir einfach hinten reingefahren. So richtig leicht. Also, schon so. Also, einfach so. Wir hatten alle so Rottkarren und haben einfach so Matchbox gespielt mäßig. Also, das ist schon funny. Also, ich komm gleich, ja? Pass auf dich auf, mein Junge. Ach, geh auch mal. Bis gleich. Tschüss, auch mal. Ja, die Tür geht ja echt nicht mehr richtig zu. Da kommt keine Musik. Ich hab auf USB gemacht. Ey, Rüte! Damit die GEMA uns nicht zerstört. Rüte! Ey, wir machen unsere eigene Musik unter das Video, okay? Ey! Die Jacke hab ich immer noch. Die trage ich auch aktuell. Oma! Opa! Pose! Pose! Donk! Müll! Äh, selber Müll. Leber! Leber! Haus! Maus! Und wie alt? Wie alt? Wie alt? Deckelpopo! Popo? Krupo. Stadt! Die Stadt? Ja! Und willst du in die Stadt? Ja! Lechino! Ei! Nein! Eisgeschenk? Lechino! Hast du mal draußen? Ich find, das ist so... Ja! Das ist einfach Unterhaltung pur irgendwie. Ich weiß nicht. Es ist so... Es ist so ein kleiner Kinofilm. Wenn Tino in einem Video ist, das ist einfach unterhalten. Und findest du das schön? Ja! Echt? Ja! Na, dann geh doch ein Eis essen, wenn du willst. Ja, bitte! Weißt du, was wir immer machen können? Ja! Ins Bingo Bongo gehen. Ja! Spiele dann. Ja! Ja? Sollen wir das mal machen? Im Sommer können wir machen, was du willst. Wir können nackig draußen rumrennen. Ist mir egal. Nackig! Nackig! Nein! Nackig zackig! Nein! Wer hat denn hier so kacke geparkt? Sag mal. Dann muss ich halt jetzt hierhin parken. Ist mir egal. Wenn die Leute hierhin nicht parken können, dann kann ich doch auch nichts dafür, ne? Oh, Bibi! Selber, Obi! So, und jetzt sag tschüss und danke fürs Zusehen. Tschüss! Und was sollen die machen? Liken? Obi! Mach mal so. So! Oh, rein, Tino! Wenn du es runter machst, dann geht es nicht auf. Wenn du es oben hast, dann... So! Okay, tschau! Tschüss, tschüss, YouTube! Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert gerne den Kanal. Hört rein, nicht ein Video. Ich finde die Videos einfach geil. Ich finde die Videos mit Tino sind einfach geil gewesen. Ey, wirklich, ich vermisse das. Wenn ich das sehe... Ich vermisse das schon sehr hart. Aber uns trennen inzwischen 400 Kilometer. Ich wohne ja jetzt in Köln. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst oder nicht. Es stehen auch immer so viele Fragen in den Kommentaren. Warum kommen keine Videos mehr mit Tino? Die ist das. Leute, uns trennen 400 Kilometer. Ich kann nicht einfach mal kurz hinfahren. Das sind 3-4 Stunden Fahrt mit dem Auto. It is wie it is, liebe Freunde. Aber ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr Bock habt. Denn hier kommt jeden Tag ein neues Video. Und vergesst nicht, der 1. Januar im neuen Jahr um 12 Uhr. Da kommt hier ein richtig fettes Special auf euch zu. Und gleichzeitig geht der Bruder muss los. Shop online mit noch weiteren Teilen, liebe Freunde, die euch in den nächsten Videos noch vorgestellt werden. Und seid gespannt. Ich bin selber ultra nervös. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das neue Jahr beginnt, liebe Freunde. Es wird auf jeden Fall einen fetten, fetten Knall geben. Also erst an Silvester und dann nochmal einfach 12 Uhr mittags am 1. Januar, liebe Freunde. Schaltet da ein. Stellt euch Wecker. Schickt mir auf Instagram eine DM, wie ihr euch Wecker gestellt habt. Ich antworte einigen. Weil ich es einfach feiere, wie übermotiviert ihr seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, liebe Freunde. Ciao. Bis zum nächsten Mal.